So, der Nationalrat Hammer greift schon zum schweren Gerät. Ja, der Nationalrat Hammer greift zum Hammer. Jetzt wird's spannend. Schafft das mit einem Schlag. So, sind wir ein, gemeinsam. 3, 2, 1, 2, 1, go! Also Bier ist drinnen, das haben wir schon gesehen. Warte, da muss man ein wenig kaffern. Komm, 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 komm Ja, ganz gut! Und? 2 Ist es gut? Gut. So leicht! Ist der Brunnen tief, ist der Goldball schwer, wird der Goldball schnell. Wollst du zielen? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Wir brauchen ein Double, oder? Entschuldigung. Dann nach, komm! Da rief der Frosch. Was soll denn das? Süß für eine Angst. Hoch zu, du Luh! Ich bin ein Frosch, kein Luh! Ah! 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 Es geht nicht so. Wieso kommt ihr nicht mit der Echte? Ja, mit der Echte, da waren wir schon fertig. Schneider, komm! Gib ihm, gib ihm! immer schönes gesicht ja nicht so mädchen hofft ja sie ist denn was ist denn zu unserem abend spektakel zu nein zu begrüßen ist dumm zu begrüßen ist auch dumm und wenn ja dann nur schleppe und falsch zugehört und aufgemerkt sehr ruhig sind es kochen der auf der glatzer fahrte aufgepasst und zugehört bub bekommt also heißt ihr habt folgendermaßen zu reagieren mit einem kräftig lauten freudig erregten wir probieren uns ganz kurz noch mal an wie euch sein zu dürfen ja Die sind heute auch vor, die saugen fest mit Sehre, die Füllerei pur. Die sind der schwingen reiche Leute und gar münches Wein, verlobchen, voll trunken. Stopp! Was zur Hölle ist das schon wieder? Wir haben euch nicht der Heilfahnen freigeträgt ausgegeben, ohne dass ihr euch zum Prügeln beginnt, verdammt. Ja, dank von uns. Wir machen einfach! Herzlichen Jubel für die 200! Herzlichen Jubel für die 200! Herzlichen Jubel für die 300! Untertitelung des ZDF, 2020